Sehr schön Okay, kann mich also bemerken Während ich ihn Alter, den da oben soll ich bestehen Klasse Oh, cool Ein Glück Dann würde ich sagen, ab nach oben, ne? Oh, super So, so kriege ich auch Was ich will Ne? Und entdeckt bleiben wir So viel dazu, was? So Dann nichts wie rein da Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz Sonst wären wir nicht hier Das ist ekelhaft Also Was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht Die Hände ab Dann wär's essig mit der Chirurgie Oder Seine Zunge Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel Oder Ich schneide ihm den Schwanz ab Piste uns nicht mehr ans Bein Drei Möglichkeiten Ich kann mich nicht entscheiden Mach halt alles Einen Moment Silas Vielleicht hab ich Eben etwas aus dich abgelehnt Es tut mir so leid, Benjamin Aber diese Tür ist jetzt zu Sei vernünftig, Silas Oh, ich glaube, das war ich Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt Ich lass mich nicht noch mal zum Narren halten Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Katte Das bereust du, Seilich, hörst du? Das kostet deinen Kopf Nein Das glaube ich wirklich nicht Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig Okay Dann würde ich sagen Und Leb wohl Ach, verdammt, ich wollte ihn noch plündern Tja, Mord ist mein Hobby Wer seid ihr? Werden Kenway Aber ich verstehe nicht Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church Ich werde alles erklären Der Chirurg Mission erneut spielen Ja, gut Versagt Geschafft Versorgt Egal Egal Tür öffnen Weiter geht's Ich bin nicht unbedingt so der Trophäenjäger Von daher Egal Oh, der hat ihm doch den Nasenflügel da aufgeschnitten Nein Erzählte von eurem Plan Wie es scheint Ist der Mann, der mich entführt hat Derselbe, den ihr sucht Sein Name ist Sonja Was ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer Über die Hälfte sind Rotröcke Nur für ein paar Sklaven Kaum Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen Und er leitet das Southgate-Fort Dann müssen wir dort hinein Hm, das wird nachdenken Inzwischen kümmere ich mich um unser Netz John Pitcairn ist unser Mann Ich bringe euch zu Na dann, auf, auf Zum letzten Rekruten Waren das nicht mehr auf der Liste? Oh, Feinde Viele Feinde Was ist euer Begehr? Neuer Rekruten Frisches Kanonenfutter Mhm Dann rein da Oh, so einfach kommt man da rein So eine Art Doppelagent also Hätten die nicht Schusswaffen Sondern nur Schwerder Könne ich mich hier ohne Probleme durchfighten Schusswaffen sind nur ein bisschen problematisch Ich brauche nur schnellere Waffe Also ich muss schneller nachladen oder so Können Und schneller feuern können Wenn ich euch nicht hier und jetzt töten soll Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr eure Zukunft blieber unbemerkt? Also, dann darf ich mir bitte eine Erklärung Oh, ho, ho Aber natürlich Ich würde zu gerne eine Höhe Ich bin nicht desertiert, Sir Ich bin hier auf Commander Amharts Befehl Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel Und euch bleibt der Galgen erschwart So etwas habe ich nicht Die Natur meiner Arbeit, Sir Sie Sie wird besser nicht zu Papier gebracht Hey, Ethan General Bride Ich sollte wohl nicht überrascht sein Wölfe wandern oft im Hodel Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen hoch sein Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn wir Zweifellos das Werk des Teufels Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles Für euch abstellen ließen Von diesem Verräter war nie die Rede Den bekommt ihr nicht Edward Seid doch vernünftig Wir sind hier fertig Geleitet die Herren hinaus Das geht nicht ganz wie erwartet Komm zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkriegen Das war es hier für uns 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 Mr. Smith will Für Sie auch Kommt mit Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn Was? Ihr werdet sehen Nun Wenn ich das Signal gebe Denkt ihr Bread of's Patrouille ab Und lockt sie in eine Seite Mhm Oh, sind die penetrant mit ihren Trommeln Warnung, Sperrgebiet Ach, jetzt geht's schon schneller Also Das finde ich cool, wie er sich so Oh, okay Entdeckungszeit hat auch ein Limit Nice Das ist interessant So, dass man wirklich so den Radius sieht In dem man entdeckt wird oder nicht Okay Das fand ich aber nicht nett Charles Das war nicht nett Alter, wie lange müssen wir die jetzt verfolgen? Und warum liegt hier was auf dem Boden? Jetzt Na dann los Die Mohawk-Indianer Haben wohlwollend Auf dem Der hat mit Scheiße geworfen Interessant Ja Wahrscheinlich nichts Hinterher Und dann Und dann was? Ah, kriegen wir hin Ja, klar Wer sonst? Ah, vielleicht wenn deine Leute tot sind Oder du Ah, war so klar Nee, nee, nee Ich muss gerade mal kurz gucken Ähm Arnie muss verlassen Erinnerung neu starten Erinnerung verlassen 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 Den A-Anzeige Training Center Nee Jawohl, hier Nein Hm Zack Und der nächste Ah, scheiße Ach so Toll Jetzt muss ich erst hier seine Bimbos erledigen Oh Oh, 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 oh Das ist Scheiße Das sehe ich nicht so gut Ah, ah, ah Bam Okay Jetzt haben sie es doch geschafft Verstärkung zu rufen Na, tut das weh? Hörn gar nicht zu Schön 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 So Damit haben wir alle zusammen Dann wird es wohl Zeit Äh Die Indianer da zu befreien Na Eine neue E-Mail erhalten Will ich mir mal kurz angucken Mission Ja, okay Das weiß ich ja bereits Ach, hier direkt Cool Muss ich ja gar nicht so weit So Nach oben Ja, nach oben Ja, gut Das wusste ich schon Was da gerade eingeblendet wurde Habe ich ja selber gerade gelesen Und wer ist das da jetzt? Ach, Charles Oder? Hm Ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem Vielmehr Du bist er äußert Sie Oh, Siehweh Neuer Rekrut Der griechische Held Lass mich erklären Lass mich erklären Wir dringen Seilus vor Getarnt als Gleichgesinnte Sind wir drin Schlagen wir zu Befreien die Sklaven Und töten den Händler Das ist der grüchische Händler Riskant, riskant Gell Melb mir Dann Lasst uns beginnen Und zunächst Werden wir den Fonber benötigen Der Konvo sollte weit eintreten Angriff auf mein Signal Verstanden es Machen wir es richtig Werden wir sie im Vorbereiter treffen Hört her Die Krone unterstützt Die Bühne Wurde ein King's College In der Kolonie New York eingerichtet Magister Okay E drücken Um eine Waffe aufzuheben Ach hier Ja Mal wieder der altbekannte Leck hier Ach Hier sind ja gar nicht so viele Zack Nicht lang Zögern hier So Sorry für den kleinen Cut Hier gerade Aber Musste Ja